Da ist er! Schönen Tag meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei meinem Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal ein Rundchen Fortnite und wir haben eine kleine Challenge. Dabei bin ich mit dem lieben YOLO Games und mit Casanole. Unsere heutige Challenge ist was. Wir werden heute versuchen, die größte Skybridge zu bauen, die es gibt. Ich bin gespannt, ob unser Team-Mate da mitmacht. Oder ob unser Team-Mate die Scheiße abschießt. Weil ich runtergefallen bin, weil ich auf dem Baum gelandet habe. Ah, okay! Tot. Okay. Neue Runde, neues Glück. Hallo. Ey, wieso schießt du? Ja, 1.000. Also 929. Geh zu dir in deine Richtung. Okay, ich glaube, der Hälfte schießt. Hit, hit. Hier ist ein Busch! Äh, hier ist ein Busch direkt. Lol. Mit so einem Schallgeämpften Teil leider. Also, bist du bereit? Jo. Jetzt werden wir es schaffen. In unserem fünften Versuch mittlerweile, oder? Ja. Wir sind jetzt bis jetzt noch nie dazu gekommen, dass Skybridge zu bauen und nicht mehr anzufangen. Weißt du? Hm, außer, ja. Jetzt Norge, alter, ja. Jetzt Norge, alter, ja. Ich schaff dir YOLO Games. Ist noch nicht. Oh, gesliped. Gesliped ich, gesliped. Komm her, komm her. Da, guck doch hinter dich. Hier sitzen zwei, ihr beide. Hinter mir sind aber auch welche. Ach so. Oh. Lel. Einfach alles zugebaut. So. Ein neuer Versuch. Diesmal im Squad. Okay, ich habe jetzt schon mal zweimal Holz gesammelt. Jetzt nicht gespielt. Ja, wer geht denn da hin? Ja, hab ich da. Okay, sitzt richtig gut. Sehr gut. Ist down, ist down. Ey, ich bin ein Monster. Okay. Sehr gut. Ein mit einem Monster gerade. Sehr gut. Ich habe, ich habe schon gesammelt. Ich habe schon einen. Hab ich ihn geholt? Ja. Da sind beide. Beide kommen, beide kommen. Hab einen. Komm, komm. Was? Kommt zu mir? Nein. Ja, okay. Dann kommt es, denke ich, wieder zurück. Oh, der sind da. Nö. Sehr gut. Zwei ausgedockt. Wunderbar. Okay, geil. Ja, das ist der. Das ist der. Das ist der gleiche. Ich habe ein Leben. Von der Seite. Alles klar. Ich finde schon. Ich bin voll weit weg. Ich komme von hinten. Da oben ist er direkt. Ey, pass auf. Da oben direkt. Der kommt da rein. Der eine kommt da von links. Der eine kommt da von links. Ich renne Richtung Border. Ja. Ich mache das gar nicht. Ich mache das gar nicht. Nicht der Ernst jetzt, oder? Jettys, Alter. Der hat sich jetzt erst mal freuen über 99 Euro. Du machst die Skybeln schräg. Dann kommst du noch nicht so hoch. Krass, aber ich will nur in die Border rein. Ja, genau. Du bist da in die Richtung. Aber einfach brauchst du zu viel jetzt. Wenn du so brauchst. Ich baue gleich weiter. Ich warte, bis die Border kommt. Wieso? Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so, ja. Ja. Guck, guck, guck. Ich ziehe keine Borderis. Guck mal. Hey, lol. Und wenn man da drin ist, ist sie riesig groß. Guck mal. Oh. Du baust da hin. Du baust da hin. Nein, 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 nein. Ach, lieber damit stammt schon wieder. Digga, guck mal. Wie sieht da am Himmel aus? Bruder. Die Wolken, Alter. Die Leute, die sieht so klein aus. Was? Oh. Oh. Du baust da hin. Oh mein Gott. Hey, kannst du die Sprungfläche überhaupt nutzen? Kann ich jetzt klar. Ja, ich kann die benutzen. Bau mal ein bisschen breiter nach hinten vielleicht. Okay, ich hab gar keine Materialien mehr. Nichts. Gar nichts. Null. Gar nix. Null. Oh shit. Ich hab neun Rolls, fünf Steine und zwei Hirnmetall. Setz schon mal die Sprungfläche. Weiß doch nicht wohin, oder? Ach doch, ich kann die ja schon mal setzen. Ja stimmt, weil du hast ja auch kein Material mehr. Aber wenn ich das jetzt hier setze und die dann dann genau den abschießen, hab ich sie nicht mehr. Ja. Stimmt. Jetzt einmal zu strahken sind drin gewesen. Doch deliber nicht. Mach nicht. Mach nicht. Ohohoho. Unter die ist auch noch gibt Die bekämpft sich aber gleich gegenleitig. Lass mal kurz. Das war kurz zu stehen. Ja, man. Ja, alle sind alleine. Warte, bis die sich... Wenn du dich gekillst, wenn du dich gekillst, du anderen, dann springst du direkt runter. Ja. Oh nein. Aber die Border... Nein, du bist zu... Aber die Border kippt mich sonst. Genau deswegen, guck. Mach grad ruhig. So. Heilung. Oh... Behind you! I'm still, I'm still. Oh my god. Oh my god. Is that what you say? Fight. Fight. Step it on things. There is something. Oh no! 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 Genau deswegen wollte ich jetzt spielen. Genau deswegen. Okay. Warte mal. Warte mal. Oh my god. So meine lieben Damen und Herren, damit würde ich das Video noch beenden. Es war unglaublich, was unser Teammitter geschafft hat. Beziehungsweise was wir geschafft haben. Mit dieser Sky Bitch. Das war nicht mal das Ziel des Videos. Schaut auf jeden Fall bei Yeti Norge. Beziehungsweise Yolo Games vorbei. Und bei Casanole. Links zu ihren Kanälen natürlich auch in der Videobeschreibung. Und sie dann auch Fortnite Videos hochmachen und Fortnite Streams. Und ich würde jetzt sagen, habt noch einen schönen Tag. Und einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.